Hallo zusammen und willkommen zurück zu Ihrer täglichen Dosis Ikea. Bitte mögen Sie dieses Video, wenn Sie möchten, dass ich weiterhin täglich Videos hochlade, vielen Dank. Die Stentica Schale ist eine vielseitige Ergänzung für Ihre Esszimmerkollektion. Egal, ob Sie eine Mahlzeit mit Ihren Gästen teilen oder nach einem auffälligen Dekorationstück suchen, diese Schale ist perfekt für Sie. Die Schale Ombonat verbindet auf perfekte Weise eleganten Minimalismus mit rustikalen Materialien. Ihr Design ist zeiglos und modern zugleich und macht sie zu einem Blickfang in jedem Zuhause. Egal, ob Sie sie als Teil eines passenden Geschirrsitz oder als Einzelstück verwenden, das kühne und elegante Design dieser Schale wird einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Erhöhen Sie Ihr Esserlebnis mit dem Nahtbarbteller. Dieses Geschirr hat ein rustikales und doch elegantes Design mit einem lebendigen Muster, das von den Wellen eines Wassertropfens inspiriert ist. Der Teller aus Glas mit glänzender, undurchsichtiger Oberfläche strahlt einen eleganten Ausdruck aus, der Ihren Mahlzeiten einen Hauch von Klasse verleiht. Passend zum Nahtbarbteller bietet der tiefe Nahtbarbteller das gleiche rustikale und doch elegante Design mit seinem lebhaften, vom Wasser inspirierten Muster. Der Teller aus Glas mit glänzender, undurchsichtiger Oberfläche verleiht Ihrem Esstisch einen Hauch von Eleganz und bietet gleichzeitig einen tieferen Platz, um Ihre Lieblingsgerichte zu genießen. Der Ikea 365 Plus Yalte Schaumlöffel ist Ihr zuverlässiger Begleiter in der Küche. Mit seinem griffigen Design vereinfacht er das Herausnehmen Ihrer frittierten Köstlichkeiten aus dem heißen Öl. Hängen Sie ihn an einem Haken in der Nähe des Herdes auf, damit Sie ihn immer griffbereit haben und Ihr Kocherlebnis noch bequemer wird. Der abgewinkelte Pfangenwender von Conscious ist ein Küchenutensil, das Ihnen bei verschiedenen Zubereitungsaufgaben hilft. Der aus Edelstahl gefertigte Spatel ist für seine Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Stärke bekannt. Sein abgewinkeltes Design und der flache Löffel machen ihn zu einem praktischen Werkzeug zum Wenden von Eiern oder Speisen, während der gut verarbeitete Griff perfekt in der Hand liegt. Die Regenskur-Pendelleuchte kombiniert einen ovalen, rosafarbenen Textilschirm mit einem Satz weißer Drähte. So entsteht eine dekorative Lichtquelle, die ein gleichmäßiges Licht verbreitet und eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Raum schafft. Für zusätzlichen Komfort wird der Schirm flach verpackt geliefert, sodass er leicht mit nach Hause genommen und installiert werden kann. Für eine natürliche und elegante Beleuchtungslösung ist der Schirm der Pendellampe Rispin die beste Wahl. Er wird aus Reispapier hergestellt und ist mit hellem Birkenfurnier verziert. So entsteht eine Lampe, die sowohl schön als auch einfach zu bedienen ist. Der Schirm der Ümse-Siedig-Pendelleuchte hat einen Reispapierschirm, der ein weiches und warmes Licht verbreitet und eine gemütliche Atmosphäre schafft. Dieser besondere Schirm ist mit pastellfarbenen Details und auffälligen, passenden Fransen verziert, die Ihrem Raum einen Hauch von visuellem Interesse verleihen. Die Warmblixt-LED-Wandleuchte mit Spiegel bringt ein einzigartiges Lichtspiel in Ihr Zuhause. Das bronzefarbene Glas dieser Leuchte strahlt ein warmes und fesselndes Licht aus. Der getünnte Spiegel fängt das natürliche Licht ein und reflektiert es. So entstehen ständig wechselnde künstlerische Motive, die Ihren Raum zum Leben erwecken. Die Vase Kunstvoll aus der von Ilse Crawford entworfenen Serie Kunstvoll ist der perfekte Begleiter, um die Schönheit frischer Blumen in Szene zu setzen. Die Vase wird aus mundgeblasenen Glasresten hergestellt und passt mit ihren klaren Formen und den fühlbaren Materialien zu jedem Dekor. Inspiriert von der bezaubernden Schönheit des Regenbogens, hat die von Lisa Hilland entworfene Vase Raffelbjörg eine skurrile, fließende Form. Ihre glänzende Oberfläche verleiht Ihrer Einrichtung einen Hauch von Charme. Sie können in ihr Ihre Lieblingsblumen ausstellen oder sie einfach als auffällige Glasskulptur genießen, die die Ästhetik Ihres Wohnraums aufwertet. Lassen Sie das warme Licht der Natur mit der sinnerlich Stehleuchte Ihr Zuhause erhellen. Diese einzigartige Stehlampe wurde von Ilse Crawford entworfen und besteht aus handgeflochtenem Bambus, der ein warmes und einladendes Licht ausstrahlt und dekorative Lichtmuster im Raum erzeugt. Die aus echten Materialien wie Glas und Messing gefertigte Evidal Stehleuchte verbindet zeitloses skandinavisches Design mit moderner Funktionalität. Diese Lampe ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt und soll ein wertvolles Familienerbstück werden. Mit ihrer klassischen Ausstrahlung passt sie zu jeder Einrichtung und ist eine wertvolle Bereicherung für Ihren Wohnbereich. Die Tischleuchte Deda ist eine Serie von Leuchten mit verkrumpen Details und weich geformten Schirmen aus mundgeblasenem Opal-Glas. Für welche Lampe aus der DASA-Serie Sie sich auch entscheiden, Sie werden ein weiches und gedämpftes Licht genießen, das eine gemütliche und einladende Atmosphäre in Ihrem Raum schafft. Hier finden Sie einige der fantastischen Produkte von IKEA, die nicht nur die Ästhetik Ihres Hauses verbessern, sondern auch praktische Funktionalität bieten. Finden Sie die perfekten Stücke, um Ihren Wohnraum zu verwandeln und genießen Sie die einzigartige Kombination aus Stil, Qualität und Erschwinglichkeit, für die IKEA bekannt ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.